Musik 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 Was macht die Idioten? Bringt den Arsch um! Musik Musik Alle Männer sollen herkommen! Sofort! Er kommt von hier! Musik Musik Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aufs Gas, Tom! Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie. Endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen, neuen, weißen Anzug tragen. Alles klar, Jungs? Ja, ich schwitz nur wie verrückt. Siehst übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? Zehn Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Ich sehe ihn! Heiz ihn ein! Los! Los! Hinterher! Häng dich ran, Tom! Sonst macht der Don uns fertig! Wenn ich dran bin, schießt er auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar! Ah, die Bullen! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Oh, Tom! Morello muss ziemlich nervös sein. Hat alles eure Jungs mitgebracht. Schaltet sie aus, wenn ihr könnt, aber wir sind wegen Morello hier. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Start. Wir müssen ihn heute schnappen. Das war's für heute. Erst sind's alle Leute dran. Und dann er selbst. Er will uns wohl in den Gasten abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich. Keine Sorge. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer. Aber er ist nichts gegen dich, Tom. Und diese Kerle gehen nicht auf. Wir auch nicht. Wir ziehen das voll durch. Wir ziehen das voll durch. Der Flughafen, er will von hinten rein. Er hat ein Flugzeug. Klar hat er ein verdammtes Flugzeug. Da sind noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Wir haben Gesellschaft. Ich seh sie. Verdammt! Seid ihr okay? Ja, nichts passiert. Nur etwas Glas in den Haaren. Lässt sich leicht rauskämmen. Wir nehmen zu Fuß. Los, Bewegung! Es kommen immer mehr! Tommy, Achtung! Ihr müsst irgendwo Nest sein! Fertig! 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 Ja, da kommt noch mehr von denen. 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 Ja. Ja, da kommt noch mehr von denen. 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 Ja, da kommt noch mehr von denen.